Borussia Dortmund spielt heute gegen den 1. FC Heimheim und es wird an der Zeit ein Ausrufezeichen zu setzen. Die letzten beiden Spiele waren Vollkatastrophe. Gegen Köln unverdient gewonnen, dabei war Köln eigentlich die bessere Mannschaft. Und danach gegen Bochum nur ein wenig gesteigert, hat man noch ein verdientes 1 zu 1 rausgeholt. Aber trotzdem allgemein auch keine gute Leistung, das heißt es muss sich auf jeden Fall jetzt steigern. Dafür haben wir ja auch zum Beispiel Niklas Völkut jetzt geholt als Backup für Sebastian Haller. Einen Tag vor Deadline Day und ich glaube der wird eventuell sogar schon in der Startelf stehen, weil Sebastian Haller hat die letzten beiden Spiele echt nicht gut gespielt. Deswegen wäre Völkut glaube ich da vielleicht mal eine gute Alternative. Deswegen bin ich sehr gespannt darauf und ich glaube das Spiel wird auch ein gutes Spiel von Dortmund werden. Ich sage das wird ein 5 zu 0. Was meint ihr?